hallo herzlich willkommen zurück weiter geht's separate ways und so im spanischen dorfen unterwegs halt ganz normal wie im hauptspiel weil sie es nicht kennt halt so leicht davon ist das oder für den fall einfach noch was hier kommen den da noch mal raus ich gucke deswegen um so ein bisschen mich einschätzen zu können was als nächstes passiert dann ich weiß nicht genau mehr so nach mindest haus in den kapiteln ich höhe gerade sind ich glaube drittes drittes oder fünftes in dem bereich der blut hat die gabe angenommen Oh, Mann! Gabel in meinem Blut? Gabel in meinem Blut? Ja, geht nachts los. Weiter. Ohne Sequenz habe ich jetzt erst gedacht. Doch einer. Ich warte so lang. Schießpulver. Ich muss mich noch liegen lassen. Ah, ich hatte noch das Problem mit dem vollen Menü. Stimmt. Scheiße. Stimmt ja. Ich glaube, ich baue irgendwas einfach. Das ist Verschwendung sonst. Ach nee, ich kann... Jetzt haben wir jetzt grüßen. Meine Güte. Das ist ja furchtbar, ey. So. Ja. Einmal die erste Keule geschwungen. Alter. Supi. Ich glaube, ich kann das gleich verwenden. So, Belize. Kann noch etwas da haben. Gleiche Verwendung dafür. Sehr schön. Ja, alles klar. Los geht's. Vorbei. In den Arsch. Nein. Machen wir nicht. Kommt keiner mehr, erst mal. Okay. Und nicht mehr das Schießpulver da schnell. Hier auch noch, ne? Ja. Lieber noch mal schnell gucken. Okay. 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 Wir haben ja nicht wenige, ne? Nehme ich mal die MP. Tolle M. Ne? Nicht ja noch mal nie. Und eine. Minimum. Ja. Man sollte aber auch treffen. Direkt. So. Jetzt haben die Kettensägen Heini's wahrscheinlich, oder? Oh nein, da. Yo. Oh. 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 reingelaufen ach scheiße ich wollte doch die blendgranate schnell nehmen aber dann dachte mir hinterher wieder ja alles egal zu spät ist zu spät zu spät zu spät ob ich dann wenigstens richtig jetzt ist mein job wie sieht's aus bekomme ich jetzt den bernstein da kann ich wegdrücken das hatte weiter weiter naja da wollte ich mir zuerst mal die money Ich glaube, die Uschi, die kann ich jetzt so wegnageln, einfach. Ich glaube, wenn ich den Kettensägen-Typ empfange, mit einer Ladung, mit einer Granate und damit eine Ladung Schrot, wenn du hier durch die Tür kommst, ist das glaube ich gar nicht so verkehrt. Und die habe ich nämlich gerade gesucht, die Tür, wo er da so wild rumgefuchtelt hat. Ich hoffe, die Tür auch dazulassen sollen, aber ja gut, hinterher ist man immer schlauer, habe ich ja schon mal gesagt. So, Kombi, ein Kombo. Hebe da ab und bleib da liegen, ne scheiße. Ganzes Spielchen noch mal. Dazu bitte. Kann ich wieder an irgendeiner Scheiße hängen bleiben? Was jetzt? Wo leise? Nein, da kommt er. Schnell. Geh doch mal drauf jetzt. Jetzt. Ich glaube schon. Alter. Da. Das ist noch eine. Eine ist da noch. So wie. Ich habe Platz. Ich kann aber. Schießpulver, bitte. Danke. Jetzt habe ich auf jeden Fall auch Verwendung dafür. Ähm. Naja, erstmal sammeln. Ich habe ja nur drei. Ich habe auch noch Sprengpfeile. Holzen. Die werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal einsetzen. Mit Zeit. Was kann ich denn bauen, aber? Schrotflinte wäre glaube ich am besten. Äh. Da. Ach so, mit den Standarddingern. Egal. Vielleicht jetzt. Ich habe jetzt einfach mal Kacken 30 nicht drauf geachtet, wie viel ich habe. Vier. Sieben. Neun. Wird nicht reichen, ne? Ja. Ich habe. Ich habe. Die Granate wird supi, ne? Muss man schon sagen. Ich höre die aber auch nicht. Ja. Das ist komisch. Ja. Ich bin auf dem Teufel, ne? Oder wie sagt man? Hat sich jetzt irgendwie falsch angehört. Wenn man vom Teufel spricht, so ist es richtig. Jaaaa. Hier, fang mal. Ah, ich glaube ich heile mal lieber. Und die mich jetzt trifft, ist es direkt wieder vorbei. Ich meine so oder so eigentlich, ne? Ähm. Ja. Naja, das war es noch nicht. Boah, ich kriege immer direkt die Nackenhaare. Wenn ich irgendwo festdenke und dann, ne? Ist der Sinn dahinter? Ja. Jetzt hinüber. Immer noch nicht. Ja, die steckt aber auch rein. Das ist der Wahnsinn. Ja, gut. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen. Gut, dass man Türen hat. So gesehen. Animation zum Reinlaufen und so. Hat ja auch hart schon geklappt, kann man sagen, ne? Was sag ich hier dann auch wieder am Start? Ja, mein Hauptmesser habe ich ja eine Kiste. Okay. Immer, glaube ich ein bisschen Sneaper, wenn es überhaupt sich so ergibt. Aber per se, ne? Ich glaube nicht verkehrt. Ich hätte jetzt auch... Ich glaube, das hätte ich nicht gepackt. Andererseits kommt direkt zur Gedanke hoch. Jetzt gerade Blendgranate und dann zudrehen, ne? Na gut, aber ob das geschafft... Äh, ob das geklappt hätte, ist die andere Frage. Okay. Oh nein. Auch nicht jetzt, ich habe kaum noch Muni und so. Also nicht mehr so viel halt. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Das sieht aus wie Wesker. Wesker, was verschafft mir die Ehre? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Finde Luis, bring mir den Bernstein. Unerwartet fürsorglich von dir. Bleib doch noch. Und hilf mir. Ich bin nicht ein Aufpasser. Und ich bezahle dich nicht dafür, mir zur Last zu fallen. Ich habe keine Verwendung für Inkompetenz. Soll das eine Drohung sein? Mach deinen Job. Ich melde mich. Ada, na endlich. Ich warte schon eine Ewigkeit. Du kommst doch, oder? Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ciao. Oh ja, das hat dazwischengekommen. Oh ja, das sind aber viele Schätze. Nehme ich. Okay, Bergwiller. Da haben die sich verteidigt, ne? Genau. Ich denke mal, auf der Höhe sind wir jetzt so ungefähr auch. Dann habe ich noch einen Schatz da. Alles klar, der Weg ist frei, wie es aussieht. Oder ich muss dann halt so, zack, irgendwie. Ja, schätze ich mal. Abschluss hier zum Händler kann ich vorher nicht mehr machen. Und, ne, zum Händler komme ich gar nicht mehr jetzt erst mal. Scheinbar. Aber, ja. Pech, ansonsten. Und, ne, vor der Eingang. Hör ich nun? Ah ja, das habe ich ja alles klar. Winner, winner, chicken dinner. Oder irgendwie so hieß das doch, ne? Glaube ich. Okay, alles klar. War klar. Ah, das war klar. Das war eine Fahrkarte. Das war auf jeden Fall eine Fahrkarte. Ah, erinnert mich mal dran, mal kurz. Ah, sorry, ich habe nicht mehr viel. Aber jetzt bunker ich trotzdem. Kein Schnellschuss. Jetzt habe ich 14 Schuss für das Snipe. Und jetzt bunker ich jetzt einfach. Pistil muss auch. Erstmal, ja, aushilfen halt einfach, ne? Komme ich nicht an meine Kiste dran. Ja, doch. Korrekt. Steht da. Anweisung an einer Hauswand. Der Fremde ist in der Bergbüller. Versammelt alle, weckt unseren großartigen Sohn. Ja, ich glaube, das ist wirklich da, wo die sich verteidigen. Der Höhe. Dann laufen wir da welche rum, ne? Blendi. Sehr schön. Heute ist ja gar nichts mehr, schade. Da bin ich aber traurig. So, Schreibmaschine da. Ne, ich mache jetzt mal ruhig. Warte, eins nach dem anderen. Den kann ich einsetzen. Einfach rein, jetzt kommt. Das ist ja nicht der letzte Schatz. Hab seltene Ware im Angebot, Fremde. Ich kaufe fast. Ja, doch. Ein hervorragender Dien. 6, 5, 5. Wie bitte? Wo wir unsere Ware hier haben. Schießpulver hat nicht eigentlich, man hat zwischen sich immer seine Hänger, sage ich mal, aber an und für sich geht es eigentlich, ne? Ich nehme einfach so nochmal ein. Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. Ich habe nur die feinste Ware. Oh, sehr schön. Kopfenerweiterung. Sprengzeile. Sprengzeile. Sprengpfeilrezepfe. Ja, nehme ich. Ich glaube, die sind gut für Bosskämpfer einfach, ne? Ich glaube, Sprengpfeile und Sniper wird bestimmt so gegen Ende bei mir so laufen. Bistel, MP, ja, die werde ich nicht brauchen, nein. Die brauche ich nicht. Warte, bevor ich jetzt upgrade erst mal rein. So. Willkommen. Barrieren. Gute Arbeit. Verhaltbarkeit nochmal. Angriffskraft, wie gesagt, ich messere eh so nicht, ne? Eigentlich immer nur die Finisher. Warte, ich gucke erst mal rumwarte. Deine Waffen sind an hier in guten Händen, keine Sorge. Das, ja, auf zweiter. Ist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Alles klar. Dann haben wir das. Insgesamt fertig. Ich werde speichern. Wir wenden den Part erst mal an der Stelle. Und ja, an der anderen Stelle geht es logischerweise auch demnächst wieder weiter. Ich bedanke mich. Wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt das Wetter und tschüss, bis baldo.